Hallo. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das hier funktionieren wird. Wie ihr hören könnt, klingt meine Stimme immer noch wie damals. Also hoffentlich könnt ihr die doch ganz große Lücke, die da jetzt entstanden ist, damit ganz gut überbrücken. Der Kontrast sollte da nicht zu hoch sein jetzt. Ja, ich will auch nicht so viel Zeit jetzt damit verwenden, über Dinge zu reden. Weil ich glaube, das kann ich mir gar nicht leisten, nachdem ich die Leute so lange habe warten lassen. Ja, möchte mich nur bedanken bei der einen Person, die ich jetzt doch darum gebeten habe, mich daran zu erinnern, dass ich das doch jetzt endlich mal aufnehmen sollte. Und der ich das auch so ein bisschen versprochen habe. Ja, was dabei geholfen hat, das dann auch wirklich mal zu tun. Wenn man das dann schon versprochen hat. So, ja. Ich habe keine Entschuldigung dafür, dass es so lange gedauert hat. Wirklich. Es tut mir auch richtig leid. Aber, ähm, ich müsste mir da jetzt was ausdenken. Gut. Das soll auch mal alles gewesen sein, was ich an dem Punkt dazu sage. Ähm, und ich fange jetzt einfach mal an mit dem noch ausstehenden letzten Kapitel, das uns ja noch bleibt von Boyfriend2go. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Coyote knurrte Loki nur an. Draco roch etwas übelerregend Faules in seinem Atem und es erinnerte ihn an Tage altes Fleisch, das er einmal im Kühlschrank vergessen hatte. Außerdem, fügte Loki hinzu, war die Nummer mit Rockwood nur peinlich. So eine einfältige Manipulation hätte ich dir nicht zugetraut. Coyote verzog seinen Mund zu einem Grinsen und dabei konnte Draco ein ledriges Knirschen hören, als wäre seine Haut alt und spröde. Ich wollte es etwas schwieriger für dich machen. Wir hatten nicht vereinbart, dass meine Manipulationen clever sein müssen. Draco schluckte. Er fühlte wie ihm eine Schweißperle, vom Haaransatz den Nacken hin und daran. Und was hast du jetzt vor? fragte Loki. Willst du ihn töten, damit du die Wette letzten Endes doch noch gewinnst? Ich habe eine Menge zu verlieren, weißt du, knarzte Coyote. Und was zählt schon das Leben eines einzelnen Menschen? Viel, wenn es nach mir geht, sagte eine Stimme hinter Coyote. Und jetzt lass ihn los. Bevor Coyote darüber nachdenken konnte, was er als nächstes tun sollte, nutzte Loki seinen kurzen Moment der Verwirrung aus, teleportierte sich hinter ihn und rammte ihm einen Dolch in den Rücken. Dabei packte er den Arm, mit dem Coyote Draco das Messer an den Hals hielt und gab Draco frei. Er blieb einen Moment lang benommen stehen, dann machte er schnell einige Schritte von den beiden Göttern weg. Loki hielt Coyote fest im Griff. Sieh es ein, du hast verloren. Vorerst, sagte Coyote grinsend. Dann löste er sich in gelbem Sand auf und entschwand in die Erde unter Lokis Füßen. Loki starrte auf den Boden, als könnte er mit seinem Blick verfolgen, wohin Coyote entschwunden war. Dann hob er den Blick, um Harry und Draco anzusehen. Diese Sache tut mir leid. Eigentlich war die Wette bereits entschieden. Harry trat neben Draco und nahm seinen Arm. Dann können wir ja hoffentlich davon ausgehen, dass wir in Zukunft von deinen Besuchen verschont bleiben. Loki zögerte kurz. Dann lächelte er langsam, fast wehmütig. Ich werde dafür sorgen, dass ihr zukünftig keine Besuche von Außerirdischen mehr zu befürchten habt. Jedenfalls nicht von solchen, mit denen ich Bekanntschaft pflege. Mehr kann ich nicht garantieren. Draco. Loki machte einen Schritt auf die beiden zu. Es war mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Warte, sagte Draco. Seine Stimme klang immer noch etwas heiser. Du bist mir eine Antwort schuldig. Worum ging es in dieser Wette? Loki sah ihn nachdenklich an. Um dich. Vielmehr darum, ob Coyote dich ins Verderben stürzen und ob ich dich dafür retten kann. Wie es aussieht, habe ich gewonnen. Er deutete eine leichte Verbeugung an. Dann löste er sich in Rauch auf und entschwand, ebenso spurlos wie Coyote, in die Luft. Draco atmete tief aus. Da bist du ja mal gerade wieder im richtigen Moment aufgetaucht, Potter. Ich habe dich gesucht, sagte Harry. Rockwood wurde von irgendjemandem manipuliert und ich habe vermutet, es wäre Loki. Nein, sagte Draco. Es war offenbar dieser andere Kerl. Auch so ein Gott, vermute ich, sagte Harry und verzog das Gesicht. Ich hoffe, das Ganze hat jetzt ein Ende. Mir reicht es mit diesem außerirdischen Hokus-Pokus, gegen den ich nichts ausrichten kann. Ab jetzt will ich nur noch Fälle mit normalen Mördern und Todessern. Draco lächelte. Und mir reicht es mit Typen, die augenscheinlich viel zu gut für mich sind. Daran kann ja nur was faul sein. Schön, dass du was aus der Sache gelernt hast, sagte Harry. Ich frage mich nur, was ich jetzt mit Rockwood machen soll. Es wird schwierig zu beweisen, dass zwei Götter eine Wette darauf abgeschlossen haben, dein Leben zu ruinieren und er von einem dieser Götter manipuliert wurde, die beste Freundin seines Sohnes zu entführen. Aber genau das ist passiert, sagte Draco. Wir können das doch bezeugen. Dir glaubt niemand nichts für ungut, sagte Harry. Ich muss mit Shacklebolt sprechen. Er hat mir auch die Sache mit Loki geglaubt. Vielleicht können wir in der Sache einen inoffiziellen Weg gehen. Ich befürchte nur, selbst wenn ich Rockwood das Gefängnis ersparen kann, werde ich seinen Namen nicht reinwaschen können. Seine beste Option ist wahrscheinlich weit weg von hier zu ziehen. Und das alles nur wegen einer blöden Wette, sagte Draco. Nur weil denen da oben langweilig ist, können sie uns doch nicht einfach so als Spielfiguren missbrauchen. Wir können uns glücklich schätzen, dass sie nicht noch viel skrupelloser sind, sagte Harry. Du vor allem, du bist heil aus der Sache rausgekommen. Ja, auch dank dir, sagte Draco. Harry nickte. Er stand direkt neben Draco und seine Hand umklammerte noch immer seinen Arm. Er hatte nicht gemerkt, wie schwitzig seine Hand dabei geworden war. Er ließ Dracos Arm los. Ich werde mich mal darum kümmern, dass sie Thomas Rockwood im Ministerium nicht zu übel aufmischen. Du könntest in der Zwischenzeit mal bei Amanda vorbeischauen. Sie macht sich schon wieder schreckliche Sorgen. Typisch Amanda, sagte Draco und grinste Harry schief an. Harry grinste zurück und apparierte. Amanda fiel Draco direkt um den Hals, als sie ihn sah. Gott sei Dank, ich dachte schon, sie stecken dich lebenslang nach Asgaban und ich muss die ganze Arbeit hier allein machen. Draco lächelte. Du würdest bestimmt schnell einen besseren Mitarbeiter finden als mich. Amanda schob die Unterlippe nach vorn, wie ein schmollendes Kind. Ja, vielleicht. Aber dann müsste ich wieder jemanden anlernen. Weißt du, wie nervig das ist? Brauchst du Hilfe? fragte Draco. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Amanda reichte Draco eine Schürze und lächelte ihn breit an. Draco band sich die Schürze um. Es fühlte sich vertraut an. Harry strich sich den Staub von seinem Mantel und starrte die Tür einen Moment lang an, bevor er es schließlich wagte, die Hand zu heben und anzuklopfen. Er wartete. Der Wind blies das erste Herbstlaub die Straße hinunter und ein Blatt verfing sich in Harrys Haaren. Er zupfte es heraus und setzte gerade zu einem erneuten Klopfen an, als Draco die Tür öffnete. Er sah aus, als hätte er gerade ein Nickerchen gemacht. Seine Haare waren zerzaust und er hatte ein Zickzackmuster auf der Wange, das vielleicht von seinem Kopfkissen stammte. Sie starrten sich wortlos an. Harrys Mantel wehte im Herbstwind. Außer ihnen beiden war die Gasse vollkommen leer. Wahrscheinlich waren die Menschen vor den dunklen Wolken und dem nahenden Regen in ihre Häuser geflohen. Harry räusperte sich, hustete gespielt in seine Hand, senkte den Blick und hob ihn wieder. Dann machte er einen Schritt auf Draco zu und umarmte ihn. Er konnte spüren, wie Draco sich versteifte. Aber dann legten sich warme Hände um seinen Rücken. Amanda hat nach dir gefragt, sagte Draco. Sie sagt, du sollst dich gefälligst mal blicken lassen. Ja, das dachte ich mir, sagte Harry. Er ließ Draco los. Wie geht's dir? Besser, sagte Draco. Ich brauche wirklich ein bisschen Schlaf. Willst du reinkommen? Gern, sagte Harry. Er trat in den Gang und legte seinen Mantel ab. Hier war es genauso staubig und düster wie eh und je. Aber in der Küche hatte Draco die Vorhänge geöffnet und sauber gemacht. Auf dem Herd zischte ein Teekessel. Hast du jemanden erwartet? Fragte Harry. Draco nahm den Kessel vom Herd und holte zwei Keramiktassen aus dem Schrank. Ja, dich? Ich wusste ja, dass ich dich nicht für besonders lang los sein werde. Er goss Tee in beide Tassen und gab jeweils einen Löffel mit kristallisiertem Honig hinein. Dann setzte Draco sich Harry gegenüber an den Tisch. Wie ist's mit Jekyllbolt gelaufen? Harry seufzte und schloss die Hände fest um die warme Tasse. Wie ich erwartet hatte. Rockwood muss nicht nach Asgaban. Aber Allisons Mutter ist natürlich außer sich darüber. Er wird wahrscheinlich noch im Laufe der Woche das Land verlassen. Sieht gute Chancen, dass Charlie in Amerika Anschluss in einer Zaubererschule für Squibs findet. Es ist nicht ideal, aber naja. Rockwood hat sich ja nicht gerade mit Rum bekleckert, auch wenn er manipuliert wurde. Für Charlie muss das alles ziemlich verwirrend sein, sagte Draco. Ich werde nochmal mit ihm sprechen, sagte Harry. Er soll nicht das Gefühl haben, dass sein Daddy etwas unglaublich Schlimmes getan hat. Es ist ja wirklich nichts passiert, zum Glück. Sie schwiegen eine Weile und Harry blickte aus dem Fenster. Es hatte zu nieseln begonnen. Was hast du jetzt vor? fragte er Draco nach einer Weile. Nicht auf den Geschmack gekommen, vielleicht Aurora zu werden? Draco lachte. Nein, nein wirklich nicht, Potter. Vorerst bleibe ich bei Amanda und irgendwann... Mal sehen, vielleicht kann ich meinen eigenen Laden aufmachen. Oder Lokis Laden übernehmen. Harry lächelte. Gute Ideen. Und wenn dich irgendwer belästigen sollte, kannst du mich jederzeit rufen. Wie sähe das denn aus? fragte Draco. Nein, ich muss schon irgendwie allein klarkommen. Harry legte seine linke Hand über den Tisch hinweg auf Dracos. Nein. Ruf mich jederzeit. Das klingt jetzt wie ein Abschied, sagte Draco. Wanderst du aus, Potter? Nein, sagte Harry. Ich dachte nur... Ich dachte nur... Harry war verwirrt. Jetzt, nachdem der Fall abgeschlossen war, hatte er nicht wirklich Gründe, Draco weiterhin zu sehen. Außer, wenn er bei Amanda einen Kaffee trinken ging. Er hatte darüber nicht weiter nachgedacht und schon gar nicht darüber, das zur Sprache zu bringen. Draco sah ihn forschend an und zog seine Hand unter Harrys weg. Tut mir leid, ich muss was fragen. Habe ich irgendwas missverstanden? Er zögerte. Harry, ich habe das Gefühl, wir sind uns ziemlich nahe gekommen die letzten Woche und wir sind mindestens Freunde, oder? Harry atmete erleichtert aus. Ja, klar. Er war heilfroh, dass Draco das ausgesprochen hatte, wofür er selbst zu feige war. Mindestens Freunde. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, dachte er. Er spürte plötzlich eine Kälte in seinem Körper, die sich nur dadurch bekämpfen ließ, dass er Draco wieder berührte. Harry beugte sich wortlos nach vorn und schob seine Hand erneut über Dracos. Draco starrte weiterhin aus dem Fenster und ließ es ohne Protest geschehen. Sie sagten eine Weile lang nichts und sahen nur zu, wie der Regen an die Putzenscheiben des Fensters prasselte, während ihre Teetassen dampfend auf dem Tisch standen und ihre Hände übereinander gelegt wie ein Versprechen. Mindestens Freunde. Seit Alison wieder aufgetaucht war, hat es Garpin sich erholt und schnell zu seiner altbekannten Form zurückgefunden. Als Harry am Montagmorgen das Büro betrat, saß Garpin zurückgelehnt auf seinem Stuhl und hatte die Füße auf den Tisch gelegt. Harry sagte nichts. Er verdrehte nur die Augen und legte seinen Mantel ab. Wen haben wir denn da? Den berühmten Aura Harry Potter, sagte Garpin. Mensch, dich habe ich ja seit Tagen nicht gesehen. Weißt du, ich dachte vorgestern, ich komme vorbei und wir trinken einen kleinen Triumph-Trunk auf unseren Triumph, du weißt schon. Aber du warst nicht da. Wüsste nicht, wo sich einer rumtreibt, der eigentlich todmüde sein müsste, davon sich mit Gottheiten rumzuschlagen. Außer vielleicht bei einem Lover, fragte Harry und gritzte. Draco zum Beispiel. Garpin bläckte die Zähne. Meine Güte, du hast Fahrt aufgenommen, Harry. Du gehst ja richtig ran. Hast dich also bei dem kleinen Malfoy rumgetrieben? Ja, sagte Harry und setzte sich. Garpin lächelte, nahm die Füße vom Tisch und beugte sich erwartungsvoll vor. Und? Habt ihr es getan? Harry sah teilnahmslos in eine Akte und blätterte. Nein. Was denkst du denn, dass wir gleich übereinander herfallen, sobald... Nein, nein, Garpin lehnte sich ungeduldig zurück und wippte mit seinem Stuhl. Doch nicht das. Ich weiß doch inzwischen, dass du ein schüchternes Blümchen bist, Harry. Harry nahm die Akte und schlug sich Garpin auf den Kopf. Konzentrier du dich mal lieber auf deine Arbeit, die wird in Zukunft wieder ein bisschen weniger mit meinem Privatleben zu tun haben. Schade, sagte Garpin. Ich hab das hin und her zwischen dir und Malfoy wirklich genossen. Ja, und ab jetzt musst du dir jemand anderen suchen, sagte Harry. Ich hab gehört, Jacklebolt hat was mit jemandem aus dem Ministerium am Laufen. Vielleicht kannst du ja rausfinden, mit wem. Harry war erschöpft, als er an diesem Abend nach Hause kam. Nach einem Fall wie diesem gab es immer jede Menge Fallberichte zu schreiben und Akten abzuheften. Jedes kleinste Vorkommnis musste fein säuberlich dokumentiert und belegt werden. Und das war in einem Fall wie diesem gar nicht so einfach. Es würde wahrscheinlich noch zwei, drei Tage dauern, bis Garpin und er alles aufgearbeitet hatten und sich endlich einem neuen Fall zuwenden konnten. Er legte seine Jacke ab und warf sie über einen Stuhl. In seiner Küche war es dunkel, nur das Licht einer Laterne fiel durch das Fenster. Harry sah hinaus. Vor seinem Fenster sah er Bartholomews Besen und einen Laden für magische Wahrsage-Artefakte. Und wenn er den Kopf leicht nach links wandte, konnte er Fred und Georges Laden sehen. Ob Ron noch arbeitete? Oft waren er und George bis in den späten Abendzugang gewesen. Aber seit Ron Kinder hatte, war das natürlich ein bisschen anders. Wahrscheinlich lohnte es sich nicht, hinüberzugehen und nachzusehen, ob sein bester Freund Zeit für einen Feierabendtrunk hatte. Harry seufzte. Er zündete einige Kerzen an und stellte einen Wasserkessel auf den Herd. Er besaß nicht viele technische Geräte, aus dem gleichen Grund, aus dem er in der Winkelgasse wohnte und nicht in London, obwohl die Mieten dort viel günstiger waren. Die magische Welt gab ihm das Gefühl, zu Hause zu sein. Alles, was aus der Muggelwelt stammte, löste eher das gegenteilige Gefühl in ihm aus. Es gefiel Harry, alles auf die altmodische Art zu machen, zu kochen, zu putzen und zu waschen. Zumal es nicht ganz so mühsam war, wenn man zaubern konnte. Harry holte das Glas mit den Pfefferminzblättern vom Schrank und goss sich mit dem heißen Wasser vom Herd einen Tee auf. Er aß einen Eintopf, der noch vom Vortag übrig war. Ein Räuspern an der Tür. »Mr. Potter« Harry sah hoch. Creature stand im Eingang. Er war in einem roten Pullover gekleidet, der ihm bis zu den Knien reichte. »Ja, was ist denn Creature?« Creature deutete eine leichte Verbeugung an. »Es tut mir leid, sie zu so später Stunde zu belästigen, Sir. Aber da ist ein Gast vor ihrer Tür, der seit einiger Zeit versucht, sie mit dem Türklopfer auf sich aufmerksam zu machen.« Harry stand auf, öffnete das Fenster und streckte den Kopf hinaus. Draco sah zu ihm hoch. »Was machst du denn hier?« rief Harry zu ihm hinüber. Draco hob den Arm und schwenkte eine Flasche. »Ich konnte nicht schlafen. Hast du Lust auf ein wenig Kürbispunsch?« »Der ist ja hoffentlich alkoholfrei«, sagte Harry. Draco grinste ihn nur an. »Lässt du mich jetzt rein, oder was?« »Soll ich Herrn Malfoy die Tür öffnen?« fragte Creature. Harry überlegte. »Hältst du das für eine gute Idee?« »Ich verstehe nicht ganz, Herr.« »Nur ein Scherz, Creature«, sagte Harry. »Ja, du kannst ihn gerne hereinlassen.« Wenige Minuten später kam Malfoy hinter Creature in die Küche. Er stellte den Punsch auf dem Tisch ab. Creature ging rückwärts aus dem Raum und schloss dabei die Tür. Draco sah sich in Harrys Küche um, sagte aber nichts. Er nahm die Flasche Punsch vom Tisch und schraubte sie auf. Dann goss er den Inhalt in den Topf, der bereits auf dem Herd stand. »Was verschafft mir denn die Ehre?«, fragte Harry. Draco wandte sich um und lehnte sich gegen den Herd. »Ich wollte dir was sagen.« Harrys Herz machte einen Sprung. Er glaubte auch zu wissen, warum. »Soll ich mich dafür setzen?«, fragte Harry. »Nein, ich fange dich auf, wenn du umfällst«, sagte Draco. Er drehte sich zu dem Topf um und tunkte seinen Finger in den Punsch. Er öffnete einige Schranktüren, bis er die fand, in der Harry seine Tassen aufbewahrte. Er holte eine heraus und goss sich und Harry Punsch ein. Harry setzte sich. Malfoy blieb an die Arbeitsfläche gelehnt stehen und nippte an seinem Punsch. »Also«, Harry räusperte sich. »Was ist los?« Draco sah auf. »Wir sind keine Schulkinder mehr, Potter. Deshalb will ich es frei heraus sagen. »Ich bin verliebt in dich.« Er holte kurz Luft. »Schon seit du in Amandas Café gekommen bist, glaube ich.« »Nein, ich weiß nicht so genau seit wann.« Er stockte und sah auf seine Hände, die die Tasse umklammerten. Ich starrte ihn an. Er betrachtete sein weiß-blondes Haar, das ihm ins Gesicht fiel. »Mindestens Freund«, dachte er. Es war ihm schon klar gewesen, als Draco es ausgesprochen hatte, dass das nicht stimmte. Draco sah wieder hoch. Er büs sich auf die Lippen. »Jetzt lass mich hier nicht stehen wie ein Trottel, Potter.« »Sag gefälligst was dazu.« »Ich bin mir unsicher«, sagte Harry. Und die Enttäuschung, die über Dracos Gesicht huschte, war wie ein stechender Kopfschmerz. »Nicht wegen dieser Sache«, sagte Harry. »Ich meine, ich bin mir unsicher, ob wir es nicht verbocken. Wegen der anderen Sache nicht«, wiederholte er. »Ich mag dich auch. Sehr.« Naja, er grinste so sehr, wie man jemanden wie dich eben mögen kann. Draco lächelte ihn spöttisch an und stellte seine Tasse auf der Arbeitsfläche ab. Er ging zu Harry hinüber und setzte sich auf den Stuhl neben ihm. Harry legte seine Hände auf den Tisch und Draco ergriff sie. »Das muss mir dann vorerst ausreichen, schätze ich«, sagte er. Er lehnte sich nach vorn und presste seine Stirn an Harrys. Harry schloss die Augen. Er hörte Dracos Atem und fühlte seine warmen Hände auf seiner Haut. »Willst du hier übernachten?«, fragte er. Draco lachte leise. »Geht das nicht etwas zu schnell?« »Du Drecksack«, sagte Harry. »Ich will nur neben dir schlafen.« »Sicher«, sagte Draco. »Wenn du das willst, habe ich wohl keine Wahl.« Und damit sind wir am offiziellen Ende von der Geschichte, wobei ich das Gefühl habe, jetzt auch beim Lesen, dass da noch was fehlt. Also so ein kleiner Abschluss oder so. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, darüber zu reden, weil, sagen wir es so, Überraschungen sind besser als leere Versprechen. Also sehen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das letzte Kapitel. Und ich hoffe, es hat so mega Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke und auch jetzt wieder zu lesen, nachdem ich diese Hemmung mal überwunden habe. Und ich hoffe einfach, wir finden da geschichtentechnisch bald mal wieder zueinander. Das ist jetzt hier so meine Hoffnung, mit der ich das beenden werde. Und ja, genau. Und ja, natürlich hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Ich finde es total schade von mir selbst, dass ich es nicht geschafft habe, euch durch die Corona-Pandemie so ein bisschen zu begleiten mit Geschichten. Ich habe ja jetzt gerade meinen Bachelor gemacht, aber das ist eigentlich auch keine, das weiß ich nicht, aber ja, es wäre cool gewesen, wenn das funktioniert hätte. Aber ich hoffe, es geht euch allen den Umständen entsprechend gut damit. Ja, sagt mir gerne, wenn, Motivation hat bei mir schon immer geholfen, sagt mir gerne, wenn ich hier anfangen soll, irgendwas zu starten. Ich bin jetzt unter der Haube, habe gerade meinen ersten Job quasi zugesagt gekriegt und alles fühlt sich jetzt wieder sehr viel sicherer an. Und ja, mal gucken, ob diese Sicherheit mir so ein bisschen mehr Freiraum gibt im Kopf, wer weiß. Ja, also schützt mich ruhig zu. Das Beste, was dabei rauskommen kann, ist, dass dabei was rauskommt. Ja, gut, ja. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und vielleicht jetzt auch den Anreiz, nochmal von vorn anzufangen, mit der ganzen Geschichte. Und ja, wünsche euch eine schöne Nacht, würde ich sagen, weil das kommt ja jetzt doch recht spät am Tag noch. Ja. Gute Nacht und guten Morgen, Mittag, whatever, an alle, die das jetzt nicht sofort hören. Ja.